Wir machen heute eine 1.000 Euro Land in the Box Challenge. Und es wird von Level 1 immer härter und die Boxen werden immer kleiner. Und wenn Alex und ich keine Anfänger sind, machen wir natürlich als erstes Flips. Let's go! Fabi hat schon zerstört! Wir sind bei Level 1, also wir machen jetzt eine Runde Flü-Fla-Flu. Flü-Fla-Flu! Flü-Fla-Flu! Alex muss anfangen! Das bewegt dich ja! Drei, zwei, eins! Come on! Er hat es tatsächlich geschafft! Perfekt! Ich habe es geschafft! Also, Variation reinbringen, ich mache einen Side-Flip. Mal schauen, das ist ein bisschen gefährlich. Okay, Rick! Ich mache mich da keine Gedanken, ich gewinne das Ding! Fabi wird das Lachen schon schnell wieder vergehen, denn das war erst der erste Shape von drei pro Lamp. Und Leute, ab einem bestimmten Punkt dachte ich, ich muss den Krankenwagen holen. Das ist schon ganz okay gemacht, aber jetzt wird der Shape auf jeden Fall ein bisschen kleiner, mein Freund. Ganz okay? Digger, ich zeig dir jetzt mal, was okay ist! Aber was heißt, wie viel kleiner? Ja, schau doch! Das ist Level 1? Auf die Plätze! Fertig! Und? Go, Fabi! Der ist einfach festgeblieben! Yo, Fabi! Also Leute, ich weiß nicht wieso, aber ich versuche jetzt so einen Handstand und dann so ein Hey, auf die Plätze! Fertig! Los! Ohhhh! Das war nicht gut! Scheiße! Leider nichts! Ich bin sogar gegen Spread gefallen, oder? Schade! Jetzt muss ich das eigentlich auch ausprobieren, Leute! Alles klar! Auf die Plätze! Fertig! Go! Und? Was? Der hat auch berührt! Und? Die hat es geschafft! Ja! Let's go! Level 1, Challenge 3, Land in the Box! Wir müssen jetzt in dieser Box hier einen Flip machen! Fabi startet! Komm auf! Und? Komm! Komm rein! Ohhhh! 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 Wie schnell ist das eigentlich? Er hat nicht mal die Hand berührt am Boden oder so! Junge! Alter! Überraschung! Okay Leute, ich probiere jetzt eine Schaube! Ich hoffe, ich schaffe es! Ohhhh! Ich hab's geschafft! Ich war im Kreis! Hand am Boden! Ja und? Es geht darum den Salto da in dich! Hand am Boden! Egal! Ohhhh! Nein! Das geht nicht! Das geht nicht! Scheiße, Mann! Ich hab die erste Challenge geschafft! Okay! Ja, ja! Wir befinden uns jetzt bei Level 2! Und Fabi hat angekündigt, dass er auch einen Backflip durchzieht wird! Auf jeden Fall! Sicher! Weißt du, das ist jetzt viel kleiner geworden schon! Oh, ich weiß! Aber für die Challenge, Leute! Für die Challenge! Oh! Es geht hier um viel Geld, also! Aufpassen, Digga! Aufpassen! Drei! Zwei! Eins! Starte! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geht's dir gut? Geht's dir gut? Oh ja! Ja! Oh ho ho ho! Nein! Das war voll auf die Seite! Aber er hat durchgezogen! Fabi! Fabi, let's go! Kommentar-Shoutouts gehen raus an Yvonne! Lena! Und Flo! Wenn ihr auch was haben wollt, dann kommentiert doch mal, bis zu welchem Level ihr gekommen werdet! Und Alex, wie fühlst du dich? Alter! Ich schaff das nie! Ey, wir sind erst bei Level 2! Come on! Okay, ready? Drei, zwei, eins, go! Uhhh! Uhhh! Das war's tatsächlich! Nicht schlecht, er hat's geschafft! Let's go! Drei! 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 Eins! Nein! Ja! Go! Let's go! Level 2! Shape 2! Let's go! Ey Junge, wie soll ich, wenn er durchspringt? Zieh schnell, bevor er wettelt! Drei, zwei, eins! Uhhh! Ahhhh! Das war der Liebe! Das war der Liebe! Junge, da passt doch keiner! Scheiße Leute, jetzt kommen hier schon Leute! Junge, Junge, Junge! Okay, okay! Darf ich? Ja! Auf die Plätze! Fertig! Go! Side-Flipsung ab! Ahhhh! Ahhhh! Nein! Der Steck! Der Steck in Shape! Fast geschafft aber! Ich zeig dir jetzt, wie das funktioniert! Let's go! Drei, zwei, eins! Oh! Er hat auf der Kraft! Scheiße! Auf der Kraft! Dieser Shape ist echt unnötig! Level 2, Shape 3! Alter, das sieht viel schwieriger aus! Wirklich! Es ist auch schon viel schwieriger! Oh mein Gott! Fabi fängt an! Go! Wenn er wieder... Er macht wieder! Backflip! Ohhhh! Die Hände leider! Schlag von Fabi, aber leider hat er außerhalb berührt! Okay Leute! Oh, er macht schräg! Das ist sehr, sehr smartig! Drei, drei, zwei, eins! Ohhhh! Oh mein Gott! Wie konnte ich wieder schassieren? Alex hat gemailt! Oh mein Gott! Ich komme zurück! Rick ist als nächstes dran! Auf die Pässe! Schnellig! Ja! Ohhhh! Let's go! Fabi! Das ist Level 3! Wie fühlst du dich? Jetzt kommt Triple Backflip! Triple Backflip! Das mit dem Rippen hast du noch nicht gereicht! Nee! Ich werde mich überdrehen! Ich glaube ich muss einfach schneller sein! Ey Leute! Ich glaube da muss man erstmal reinkommen! Wirklich! Auf die Plätze! Fertig! Und go! Ohhhh! Schnellig! Willst du überhaupt die 1000 Euro gewinnen oder nicht? Okay, ready? Drei! Zwei! Eins! Ohhhh! 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 Okay Leute! Wenn das Ziel 20.000 Likes hat, dann könnt ihr in den Kommentaren entscheiden, wo wir das nächste Mal Land in the Box spielen! Schreibt mal was Kreatives rein! Vielleicht wird euer Kommentar gepickt! Also, let's go! Und like das Video Leute! Wenn ich das schaffe, dann kriegt das ein Like! 100 pro! Okay! Drei! Zwei! Eins! Ohhhh! Ohhhh! Wow! Er hat es geschafft! Man merkt, der Junge war im Zirkus! Und let's go! Wir sind jetzt bei Level 3, Shape 2 und wir haben den ersten echten Shape. Deswegen sind wir jetzt gerade erstmal ein bisschen runter gegangen. Weil gleich gehen wir auf die höhere Plattform. Und dann gibt's den Bauchklatscher mit offenen Beinen. Auf die Plätze! Fertig! Und go! Auf die Plätze! Auf die Plätze! Fertig! Go Alex! Das war leider nichts Leute! Da hab trotzdem Spiegel an! Jetzt hab ich halt gar keinen Bock! So Rick! Pressure is on you! Nervös? Ich bin sehr nervös! Oh ok! Es tut weh! So viel kann ich dir schon mal sagen! Eins! Zwei! Tick! Tick! Nein! Man berührt immer da! Nein! Okay! Ab zum nächsten Shape! Level 3! Shape 3! Wer wird es schaffen! Wir machen immer noch einen Backflip! Bei Level 4 wird das so eng sein, dass es eigentlich fast nur noch die Füße reinfasst! Also auf die Plätze! Go! Fabi, willst du wieder einen Backflip machen? Let's go Leute! Echt jetzt! Ok! Fabi zieht durch, come on! Hey Junge, klasse! Fabi, komm mal, wenn du den Schatz erkrankt! Und! Ja, komm schon! Oh! Hey! Die sind nur die Hände! Aber es war bei mir auch so bei letztem Mal! Ok! Jetzt ich! Alex! Jetzt bin ich echt gespannt! Das sieht so geil aus! Schaffst du das! Schaffst du das! Come on! 3! 3! 1! Go! Nein! Oh mein Gott! Jetzt liegt alles wieder an mir! So, jetzt wäre ich alle gespannt! Hier, Rick! Packst du das bei dem kleinen Face? Schaffst du, das wird echt ungut! Schaffst du! Schaffst du! Schaffst du! Schaffst du! Oh! Oh! Oh mein Gott! Mega wie! Wie! Wir sind bei Level 4 angekommen und wie versprochen ist das jetzt echt unmöglich! Schaut euch an wie klein das ist! Also mein Hüftumfang ist größer als das! Das wird wild! Junge! Wie soll das funktionieren? Also, Barbie! Du bist der erste, mein Freund! Barbie! 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 Oh mein Gott! Oh! Oh! Das war gar nicht schlecht! War gar nicht schlecht! Das war echt gar nicht schlecht! Aber nicht geschafft! Aber trotzdem verkackt! Bro! Das wird nichts mit den 1.000 Euro! Alex zieht durch! Bro! Ich vertraue dir! Komm! Okay, okay! Okay! Drei! Zwei! Eins! Oh! Da war ein Bein drin und das andere war draußen! La 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 la! Die letzten Challenges jetzt werden gleich noch richtig hoch. Nein! Also, stay tuned! Es wird noch härter oder was? Ja, es wird noch härter! Ich dachte, das war das Härteste! Okay! Aus die Plätze! Fertig! Set! Oh! Der war gut! Der war gut, aber nicht! Danke! Junge, Junge! Und jetzt wird er doch härter oder was? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, Leute! Wir kommen zum finalen Shape Level 4, Shape 2! Junge, er ist jetzt hier Level 4! Schwierigste Level! Das wird einfach nur Schmerzhaft, Leute! Egal! Okay, Rick! Let's go! Leute! Level 4! Ich zieh jetzt durch! Das kann nur schmerzhaft werden, Leute! Das ist wirklich schmerzhaft! Ich geb alles, komm! Das sieht so freaking schwer aus! Oh mein Gott! Drei! Zwei! Er wird sogar noch! Eins! Und drei! Er hat geklappt! Er hat geklappt! Oh mein Gott! Er hat geklappt! Oh mein Gott! Er hat geklappt! Ja! Okay! 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 Junge! Wie soll es gehen? Eins! Zwei! 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 Jürgen! 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 Ich kann gar keinen Bauchflaschen machen, Leute! Ich bin auflaufen! Ah Leute, das hat zu weh getan! Leute! Gegen meine Eier, gegen mein Gesicht! Das hat richtig weh! Ich bin gespannt, wie das Fabi jetzt war! Das tut so weh! Hey, Fabi! Das tut so krank weh! Nein! Ich schwör's dir! Auf geht's! Komm! Fabi! Drei! Zwei! Eins! Schau! Was ist denn das, die Wiesel? Das zieht mich! Das zieht mich! Er hat verloren! Fabi, was ist das, die Wiesel? Leute, das ist einfach das letzte Shape! Wir sind bei Level 4, Shape 4! Das ist so gut wie unmöglich! Was? Ey, da passen nur noch deine Füße drauf! Also, wenn er das schafft, das wär krank! Ja! Let's go! Krass! Ja! Ja! Nein! Aber wirklich nicht! Oh mein Gott! Fabi, das war krass! Das war krass! Leute, da passen hier wirklich nur meine Füße drauf! Komm! Oh Alex, alles liegt an dir! Zwei! Eins! Eins! Nein! Lassen wir das ziehen! Junge! Da war draußen! Da war draußen! Da war draußen! Das fehlt leider nicht! Wir können gerne Rewild zeigen, aber dein Fußball draußen! Schauen wir mal! Es hängt mal wieder an! Tricks mit Ricks! Kann ich euch retten, Jungs! Auf die Plätze! Fertig! Go! Oh! 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 Ja! Oh! Scheiße Leute, das war nichts! Ich hab trotzdem die Tausendelung behalten, weil ihr euch alle beide verkackt habt! Ja! Bis zum nächsten Mal! Peace!